hallo und herzlich willkommen auf the redstone 44 wieder zurück ja heute bin ich mal mit der lieben facecam wieder am start und wollte gerade in den park gehen nur ich kann nicht weil das wetter wieder anders spielt hoppala finde ich es ist jetzt schlimmer ich manchmal zu euch nicht festgucken manchmal auf dem bildschirm ich musste mich hier steht mein anderer laptop also hier da muss ich ein bisschen auch manchmal drauf gucken also das video wird rund um 20 20 würde es rauskommen nein also was kommt hier hin warum löscht ich das so wie verhext so moment ich will mal kurz umschreiben geist nicht nicht gisterhaus geiste geisterhaus und wasser bahn da kommt vielleicht früher oder später noch eine achterbahn aber es kommt noch eine größere hin und eine bessere ähm lasst mich kurz überlegen freunde ja ich bin mal festgekommen am start ja lasst mich kurz überlegen bahn 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 Ich habe jetzt gerade noch keine Zeit dafür gehabt, die zu bauen. Hier, wo, also kurz vor der Achterbahn, geht es so eine Treppe hoch. Es ist um so eine Plattform, kommt es wieder auf Stolperndraht und dann ist das nächste Boot schon da. Es müsste klappen, aber die Wasserbahn geht dann in die Richtung runter, also gehst du hier hoch und in die Richtung runter. Hier kommt noch ein Eingang, das werde ich aber später machen, weil ich habe gesagt, dass ich den Park genau 13. Oktober nächstes Jahr 2020 aufbauen möchte. Äh, aufbauen, eröffnen möchte. Scheiße. Es ist jetzt scheißegal, wenn der Sandblock ist. Leck mich. Hallo? Ist jetzt weg? Hallo? Ja, mal Minecraft ruckelt. Einen Augenblick. Ich muss ja kurz hier gucken. Off 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 On Hot Oh Salz Jetzt ruckert schon wieder. Einen Augenblick. Äh, das ist das? Oh, ist Cross here, was ist das? Ja Ja, jetzt geht es auch besser. Noch Also, ein Freund hat mich gefragt, ich glaube, das war Max, der mir gesagt hat, dass der auf seinem Kanal, ähm, Musik für Videos hat. Aber ich habe einen Kanal gefunden, durch TipTapTube, habe ich einen Kanal gefunden, der sowas macht. Musik, Videos, also Musik für Videos macht. Ich werde das euch noch mal verlinken, äh, das heißt, der, oder der Kanal heißt, You Music. Ich werde euch den trotzdem noch mal, äh, in der Videobeschreibung, und... Ich werde euch nicht noch eine Videobeschreibung verlinken, sondern, äh, weg. Na? Ah. Hallo? So, das reicht jetzt. Glaub, ich... Oder meint ihr, dass ich da noch... Warte mal... Ja... Hm... Ich brauche noch zwei Blöcke hoch. Eins... Ja, das reicht, die Höhe. Hm... Ja, so, die Höhe reicht. Ey! Lass mich da rüber. So. Dann nehmen wir... Dann nehmen wir... Und Holz... Und Holz... Hm... Also das Wasser wird dann so gestellt, dass das Nachtzeichen... rausgeht und wenn der Park öffnet, also morgens, geht das dann wieder an. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ja. Ich mache das so. Warte, du machst das so. Also ich mache einen großen Eingang. So. Zack. Also das bleibt hier offen. Aber wenn der Park zumacht, dann ist irgendwie jetzt ein Survival. Nein! Fuck. So, da hoch. Zack. Also ich werde euch auf jeden Fall in der Infokarte, werde ich euch den guten YouTube-Music-Kanal präsentieren. So. Dann brauchen wir Haken. Die Troublehawks, ja, aber – Sie kommen. Was ist dir sicherlicher, dass wir es so, dass wir jetzt auf jeden Fall haben, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, ich bin kurz mal unten. Ich wäre in 5-6 Minuten wieder da. Bis dahin lasse ich U-Music laufen. Oder mache ich U-Music an, damit ihr euch nicht langweilen müsst. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschau. Tschau. Tschau.